so ein mal herzlich willkommen zurück zur neuen folge ls 23 im projekt 3 das soll einfach bitte nur gehen ich könnte diese folge fertig werden wie viel schneeballen hast denn das ist noch unbewusst es wird noch rauskommen was machst du damit schneeballen schneeballen schneid es einfach auf die bett und wo ist denn das wo haben wir da das geht nicht die kommt dann vergessen Gut, dann schauen wir mal kurz bei dir was dabei vorbei, was die hier abdezieren. Ja, wieder ein Clan von Kisten, Alter. Kisten verladen? Entladen. Ja. Ich hab gar keinen Bock mehr auf die Scheiß, Alter. Doch der, der eigentlich gar nichts gemacht hat davon. Du brauchst mich noch die ganze Zeit. Dann grubberst du runter, oder sowas? Ja, mach ich, wenn Fabi fertig ist. Mach ich das. Jetzt kann ich ja damit noch rumgehen, bis Fabi fertig ist. Ja gut, ich könnte es auch untergrubbern, aber es ist leider meine einzige Einnahmequelle. Ja, 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 das machst du. So, wie hast du ja gar nicht mehr, also. Fabi fertig ist, dann mach ich hier Schluss mit los. Gib ich die Scheiße zurück, und dann ist es mir auch ne Wurst egal, Alter. Wie viel hast du noch, Fabi? Weiß ich nicht. Will jetzt nicht zählen. Ja, ich glaube auch noch, die Folge ist auch dabei. Dann müsste es fast schon gewesen sein. Ich glaube aber tatsächlich, rote Beete ist morgen immer noch gut. Erster? Mal gucken, wie geht der? Da ist morgen durch, warum? Wir sind zu doof. Nee. Doch. Wir sind zu doof. Das ist lange noch. Das ist noch ein bisschen. Oktober ist das erdreif. Die Scheiße. Also könnten wir locker noch vorspuren, Junge. Mhm. Aber leck. Geht kurz rundherum, Leute. Und jetzt die meisten Paletten noch raus, wo geht, Leute, und da wird es mich schon überwacht. Und dann noch überwacht, wer der ist. So. Ach ja. Müssen wir gucken. Ach so. Müssen wir gucken. Eine Stell für... Ich weiß nicht, ob wir Wasser geben, den kühlen. Nee, Wasser zum Glück nicht. Gut. Wir brauchen Stroh, brauchen wir nicht unbedingt, aber Strohballen haben wir. Ich weiß nicht, ob wir das sowieso. Holbbaum war unbedingt. Das heißt, wir brauchen Mähwerk. Wir brauchen... Schleifball wollte ich schon sagen. Und Vetter. Und Schwader. Mähwerk brauchen wir nur ein Vorderes Ding. Äh, oder haben wir Mähwerk. Moment. Vielleicht war ich ja schon so schlau. Nee. So, ich muss mal kurz weg. Aber ich... lasse euch jetzt mal hier in der CP-Fahrer sitzen, dann habt ihr trotzdem was zum Gucken. Ja, sonst können wir Pausen machen. Das sind wir. Na, sie ist schon weg. So, ja, dann machen wir so weiter. Ei, 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 ei. Die PS ist hier. Ich glaube, ich bin deren Meinung, ich hab auf dem guten... ... ...kass. Wie lang geht die Folge schon? Äh, erst 5 Minuten. Oh. Ja, ich glaube nur wegen dem Wenden würde ich das diese Folge nicht schaffen. Wenn ich das... ...wenn ich dieses Stück hier so durchfahren würde, dann wäre ich in 5 Minuten fertig. Okay. Ja, aber wie schon gesagt, wir können den Vorspunen. Ich würde fast sagen, ich nehm das Sepp Knüssel, Leute. 12.500 Euro. Hab ich zahle. Ich träume nur davon, weißt du. 3 Meter. Also, ja, doch nicht Breite haben. Ich überlege gerade, ob ich das auch einfach stehen, dass hier das Eck, aber... ...das ist halt wirklich meine einzige Einnahmequelle. Und ein bisschen was muss ich schon verdienen. Würde ich ja nicht. Also, ich würd's machen, hörte ich. 3,10 Meter, das kommt mir hier weg. Das ist auch nicht doof. 60 PS. Das würde sogar vielleicht, vielleicht würde das in Kombi gehen mit der Zeit. Aber das würde vielleicht in Kombi gehen. 35 PS. 50 PS. Das geht in Kombi, Leute. Würde das auch in Kombi gehen. 2,60 Meter. 60. Und vorne. 45. 105 PS, das geht auch noch. Das geht auch noch. Acht Bahnen ungefähr hab ich noch, glaub ich. Jut, geil. Spielfahrer hat sich nicht festgefahren. Würde ich fast das hier nehmen, oder? Das hier, 60 PS. Seitennähwerk. Dann muss es gut machen. Diese Acht Bahnen, die sind jetzt so nervig, weil ich halt nur noch am Wenden bin. Das kann ich mir so gut vorstellen, ja. Aber wir können nochmal eine neue Box kaufen. Wie schon gesagt. Solange auch Fabi noch lange. Aber wie hab ich gerade vorhin gesagt. Wenn wollen wir spuren, können wir spuren. Das ist noch lange, äh, reich. Aber sie hat ja gerade einen Auftrag. Ja, aber gut, den Auftrag reicht jetzt und später auch machen. Ist von daher. Also, wenn ihr wollt, können wir spuren. Das ist egal. Wieso? Ich bleib sitzen, weil dann kann ich weiterfahren. Ja, warte, ich suche ein Farmhaus hier. Hilfe, jetzt stehe ich. Das hält es gerade jetzt zu jetzt in Zeitpunkt, es soll machen, ich hätte sollen das Mähwerk auf. Das sagt sie, es ist mal das Mähwerk angebot. Nein. Ich brauche ein Mähwerk, aber jetzt habe ich zu wenig Geld, das zu kaufen. Scheiß aber immer wieder. Und wer hat den Betrag verkauft? Das heißt. Wie? Mähbetrag in so einer? Ganz günstiger, ja. 59%, Alter. Na, guten Morgen, oh Pimp. Ja, das ist voll mit Unkraut. Jetzt denkt sich jeder, Mh, woher ich mich auf? Ich habe schon zwei MB-Trags. Äh, ne, das ist ja gut. Gibt es den auch als 800er? Oh, echt? Ja, habe ich 900? Ah, ne, im Moment, das ist der Schlechte dann. 20.000. Ja, nein, das ist der Schlechte. Leute, dann haben wir, dann haben wir ja genug Profit gemacht. Wir rasieren das Feld in, äh, wir machen die Kiste jetzt voll hier. Und dann geht's weg. Weil wir, wie, was haben wir denn? Wir haben drei, sechs, sieben, acht, acht Kartoffels, dort hinten noch eine, neun und hier haben wir zehn. Ohne Kartoffeln aus dem Pastienaken fällt. Ja. Kein schlechtes Saatgut gewesen zu sein. Ja, oder? Ha, ha, ha. Finde ich auch, ich habe direkt angeschrieben. Die Saatgutkäufer. Die Saatgutkäufer. Oder war ich, wie? Die Saatgutkäufer. Ha, 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 ha. Ja, wo immer. So, alt, warte, Mann. Gott, Mann. So, fangen wir kurz zum Feldchen. Wie viele Bahnen hast du noch, Fabi? Äh, pfff. Ich bin noch sechs, oder fünf, oder so. Gut, das ist ja auch okay. Ja, ich kann's halt schlecht abschätzen, weil... Ja, ja. Je mehr ich jetzt da anhalte, um zu zählen, desto länger dauert. Ja, das ist doof. Machst du nicht. Ah. Ich kann doch ruhig mal bremsen, der Junge. Das ist jetzt ein Geräusch. Aber jetzt Motorgorge erraten. Okay, wir fallen hinten rein, Alter. Das war ein Pupup Bulldog. So, jetzt runter. Da, da. E-Zern drücken. Braucht damit? Äh, ach, ja, das war's. Nicht. Drei-Bahn-Gleich noch. also ich hab jetzt zu tun ich hab ja auch zu tun ich hab keinen direktsatz, ich bin nicht so ein reicher Bauer ich hab auch kein direktsatz, ich hab einen Türflakker und eine Rolle ja gestern, weil es uns das genießt hast du das getestet, ob das geht? ah, oh, ja ich mein jetzt nicht ob das so geht, ich meine wegen dem PS zu zeigen das geht wir spielen los ok, sehr gut, wie soll das sein? so, vorletzte Bahn so der hat schon oh so, der hängt da im Bauch Schlepper mit Zetter? Junge, 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 ich sehe jede Folge wieder aus Neues vorbeifahren Schüsse Fertig! oh ja, das ist das Unterschied jetzt nichts hätten wir geguckt schon von Anfang an hätte AUSI was zu tun gehabt ja, wenn hätten wir geguckt von Anfang an, dass wir spuren können so, jetzt müsste ich da eigentlich das Ding zurücksetzen können, dann kommt das weg Hallo ÖÖÖÖ doch nicht ich glaub, es gibt 12 mal besser jetzt ach, mal zurücksatzen, ja uiuiuiui, hab geleckt ÃÖÖ wo ist denn hier der Gabelstapler? da ist er gehabt stoppt jetzt war es sowieso bis zum Lohen aber sowieso aber sowieso noch ein bisschen fast die Haken das spielt jetzt keine Rolle mehr jetzt war ich den Klaas Vortrag jeder so richtig gut das hätte ich das von Anfang an gemacht der funktioniert nicht für die Gülle die Driller die Gülle funktioniert nicht nicht ich kann die anschalten, aber die sieht nicht äh warum seht die Driller nicht also die ist an aber die macht nichts ja äh von einem escape menu steht halt nur abgeerntet da also äh das war blödsinn das ist sogar dafür ist das ein Standardfall oder ja ist das ein Standardfall oder ein bisschen warning fuhlt in was so jetzt ist es hier ist die an die Tür ne die ist nicht an ne die ist nicht an hat doch gar kein Geräusch ja das Symbol oben links ist er an fahr mal vor tu mal hier rüber den tiefen locker mach den mal ab setz den mal an Seite einfach ja ja ich kann nicht abhängen äh klick mal x ja was hat das denn jetzt gerade ja das ist einfach nur die Fehlermeldung gewesen und die ist aber nicht richtig übersetzt gewesen deswegen hast du auch dieses Missing Dings da fällt jetzt mal an jetzt 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 dann funktioniert die in Kombination damit nicht ach ne ich hab's noch gesagt aber also warum funktioniert das in den Kombinationen net äh Giants nix Giants Mordmü nein nein also ja ja nein das kann aber an Giants liegen weil die das durch irgendwas verbieten jetzt wird gerade wieder Giants schuld gegeben ja ist ja auch Giants schuld wenn die sowas verbieten ich verbiete die auch alter ach mann ooo also ganz gut so so dann kaufen wir den das ist das gute Ding jetzt besitzen wir auch einen MP-Track leider ja aber du besitzt den beschissenen warum er hat nicht die ganzen schönen Sachen hier die ganzen Features ja 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 denkst du es wird eine andere Amazonadrille funktionieren äh kann dann dann du kannst mal ausprobieren mal ob es funktioniert alter willst du mir jetzt nicht erzählen dass der Winkel nicht passt ja toll willst du mir nicht erklären dass ich nicht hier vor komme und jetzt willst du mir nicht mehr ich habe meine Paletten ich habe was vergessen ich kann meine Paletten nicht aufsammeln mit der Gabel habe ich vor allem bei mir nicht weil ich den Winkel nicht anstellen kann so letztlich ist wenn ich hier auf Systemetechnik gehe dann auf C für die Kombination drücke da steht halt nur drin das Lenken-Dinge nicht Amazonadding muss dran drauf ja da muss ich bestimmt die andere Dinge dann nehmen ok wurde übel bei der kann ich sicher auf Kombination klicken wo ich jetzt habe wenn ich bei der anderen gehe bei der anderen Amazon kann ich auf Kombination gehen dann steht das da mit der 30-Legger davor ja das hat aber was damit zu tun dass halt der Mod du musst das eintragen du musst das eintragen das heißt nicht automatisch wenn das in Kombination nicht ist dass es nicht geht das ist halt ja ob es eingetragen ist oder nicht jetzt müssen wir mal gucken welche welche die 38 gehört haben 1 ich komme ich komme ich komme das geht ok so komm ich bin jetzt hier hin hier das war falsch äh Abo Checky das ist ein Flugzeug aber meine Freunde wir sind durch für diese Folge ich würde sagen wenn es zu sparen ist gleich nicht vergessen Abo da lassen und wenn ich das nächste Mal vorher schon auf die Seite tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss 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 ich